Musik Meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf dem Flughafen Kiel. Bitte bleiben Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit nun noch, solange einige schnallt sitzen, bis das Anschnallzeichen über Ihren Köpfen ausgeschaltet worden ist. Wir hoffen, Sie haben sich voll und sicher auf diesem Flug mit uns gefühlt und wünschen Ihnen nun einen angenehmen Aufenthalt hier in Kiew. Vielen Dank, dass Sie heute mit Jumpings geflogen sind. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Lady saves for rainy days when she can shave her parts away And she can't shake the shape of things to come She can't take the shape of flesh and bone And she can't shake the shape of flesh and bone While in die olsa kuratived her皮 So escuchboys in Herb mit Dulce Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Take the weight of flesh and bone Pull through flesh and bone Pull through flesh and bone Lay in wait for rainy days When you can shave your parts away And you can't wait around for things to come You can't wait to waste your flesh and bone And you can't wait to waste your parts away And you can't wait to waste your parts away So now let's build a fireplace maybe Bis zum nächsten Mal.